So, ich lande einfach mal Moisty Pumps, auch wenn ich die Stadt über alles hasse, wenn man sich da einfach nicht ducken kann. So, wo ist eine gute Waffe? Ich nehme mal die Eier. Ey, was trinkst du da? Was trinkst du da? Es fuckt so ab. Alter, war das knapp. Montagen ist schon mal gut. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh yeah. Das Problem ist, ich habe gar keine Mets. Digga, einfach eine fucking Toilette läuft zu mir. Was ist das bitte? Aha. Nein. Nein. Ja. Junge, war das knapp Ich finde die Stadt halt einfach so geil Wenn das mit dem Verwandeln Irgendwelche komischen Sachen, ich glaube ja Ja, keine Ahnung, ich feiere das einfach gar nicht Oh ja So eine Kiste hatte ich auch schon lange nicht mehr Goldene Scounsel Oh ja, da vorne geht's ab So was wollt ihr alle von mir Nein, die Zote Perfekt gerettet mit dem Ramp Boost Da oben ist einer Und hier ist auch einer Was? Was ist denn der Marshmallow? Ich seh nicht mal Und tschüss Oh ja, die landen taktisch schon noch Ach nee, bitte kein Roboter So Ja, das hast du davon, wenn du Roboter spielst. Aber ich werde den extra nicht spielen. Noch 5 Leute. Oh, Upgrades. Blau Bump. Hier chillt doch safe jemand oben, oder nicht? Ah, nein. Ey, komm, ich mach mal Season 2 Taktik und bau einfach mal die heftigste Base. So, komm, hier noch ein Block. So. Perfekt. Kurz was trinken. So, wo wird die Zone sein? Ah, okay. Oh, no. Okay. Okay. Get it slow. Tja, wer hat jetzt die Die Ground? Und? Ja, geile Runde auf jeden Fall, ich hoffe euch hat's Video gefallen. Vergesst nicht, Creator Code, ArenaFan und ja, bis zum nächsten Mal, tschau. Bis zum nächsten Mal.